Wenn du ein Angebot hast, das du für einige tausend Euro verkaufst, dann kennst du das vielleicht, dass es in manchen Monaten richtig gut läuft. Du kriegst Kunde um Kunde rein und deine Umsätze sehen gut aus. Aber im nächsten Monat passiert auf einmal gar nichts. Irgendwie so die ersten zwei, drei Wochen des Monats sind rum und es ist immer noch kein neuer Kunde mit dazugekommen. Und diese schwankenden Umsätze, die kennen viele von uns. Und dazu habe ich was sehr interessantes für dich. Und zwar hat uns einer unserer Kunden ein Video zugeschickt, in der er einfach beschreibt, wie er in dieser Ausgangssituation war. Dass seine Umsätze mal gut waren, aber mal waren sie auch richtig schlecht, sodass er dann direkt schon an seinem Geschäftsmodell gezweifelt hat. Aber er beschreibt eben auch, wie er da rausgekommen ist aus dieser Situation und wie es jetzt viel besser läuft. Und ich kann mir vorstellen, dass du hier eine Menge Motivation mitnehmen kannst und vielleicht auch ein bisschen mehr Klarheit für dich, was da die nächsten Schritte sein können, damit du deinen Umsatz mehr stabilisieren kannst. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Ich hatte immer schwankende Umsätze und ich konnte mich nicht wirklich darauf verlassen, dass ich im nächsten Monat annähernd gleich viel oder sogar mehr verdiene als in diesem Monat. Und das war natürlich frustrierend. Da war jetzt nicht wirklich zuverlässiges Wachstum möglich. Weil mein Problem war, ich berate viel Beschäftigte oder berufstätige Studierende und zeige ihnen, wie sie durch gehirngerechtes Lernen mehr Wissen in kurzer Zeit aufnehmen, Studium angenehm nebenher machen können. Und ich habe meine Leads, also meine Anfragen immer großteils über Facebook bekommen. Ich hatte so eine eigene Facebook-Gruppe, die ich einfach befüllt habe, die ich bespielt habe. Und das ging schon einigermaßen, aber das war halt immer sehr schwankend. Das war mal mehr, das war mal weniger. Und vor eineinhalb Jahren kam dann auch diese Nachrichten von Facebook von einem Tag auf den anderen, ich kann nichts mehr in Facebook-Gruppen posten. War out of the blue, ich weiß nicht wieso, konnte ich nichts mehr in meine eigene Facebook-Gruppe posten. Und dann ist plötzlich für ein paar Monate mein Neukundengeschäft eigentlich komplett eingebrochen. Und ich wollte letztendlich mal eine Möglichkeit haben, dass ich einfach zuverlässig neue Interessenten gewinne. Dass ich wirklich auch weiß, gut, ich kann jetzt zuverlässig, dass ich skalieren, Mitarbeiter einstellen und so weiter. Weil ich weiß, ich werde einfach zuverlässige Umsätze generieren. Und deswegen habe ich dann begonnen, vor eineinhalb Jahren ungefähr war es, einen YouTube-Kanal zu starten. Habe mir da auch so gedacht, hey, ich mache das einfach so. Ich mache relativ simple Videos, in denen ich einfach so über irgendwelche Themen rede. Ich gebe mir da nicht sonderlich viel Mühe. Aber ich bespiele diese Videos extensiv mit YouTube-Ads. Weil ich habe das mit einem befreundeten Coach gesehen. Es gibt ja diese Möglichkeit, neben anderen Videos so die eigenen Videos vorzuschlagen. Und wenn man da draufklickt, dann zahlen wir natürlich dafür. Aber es ist sehr, sehr wenig. Ich zahle da vielleicht 4 Cent, 5 Cent pro Person, die auf diese Videos draufklickt. Ich habe einen ziemlich hohen Kundenwert. Das heißt, selbst wenn sich da jeder 500ste, jeder 1000ste, nur der sich das Video anschaut, dann bei mir auf meiner Website für so eine kostenlose Lernanalyse einträgt, würde sich trotzdem rentieren für mich, weil einfach mein Kundenwert da auch hoch genug ist. Und dann habe ich begonnen, die YouTube-Videos extensiv mit diesen Apps zu bewerben. Ich habe da wirklich viel Geld auch dafür ausgegeben. Und war am Anfang natürlich richtig cool, weil ich halt gesehen habe, hey, mehr und mehr Leute sehen jetzt meine Videos. Das wird immer bekannter. Irgendwann bin ich dann aber draufgekommen, okay, es sehen immer mehr Leute meine Videos. Aber irgendwie geht halt kaum jemand auf meine Website. Und praktisch niemand trägt sich dann ein bei mir. Und Neukunden gewinne ich eigentlich auch keine darüber. Und zwar einerseits frustrierend, weil ich halt viel Geld verballert habe. Auch nicht wirklich diese konstanten Umsätze hatte, die ich mir gewünscht habe. Überhaupt nicht. Und was vor allem auch frustrierend war, ich habe tausende, zehntausende Klicks auf meine Videos bekommen. Und trotzdem hat sich so gut wie niemand für ein Coaching bei mir interessiert. Und das tat irgendwie persönlich weh, weil ich gedacht habe, das gibt es doch nicht. Dass zehntausende Menschen meine Videos anschauen und ich schaffe es trotzdem nicht, die Leute davon zu überzeugen, dass ich ihnen helfen kann. Und den Kunden, die ich hatte, den konnte ich ihr wirklich weiterhelfen. Ich wusste, dass ich mit meiner Dienstleistung wirklich etwas machen kann. Aber ich habe es nicht geschafft, jetzt irgendwie auch in Videos rüberzubringen. Und dann habe ich schon überlegt, ob ich YouTube über das weitermachen soll oder ja, ob ich das Ganze versiegen soll. Und dann bin ich dabei auf Logic & Lemon aufmerksam geworden. Beziehungsweise, was eigentlich so, ich habe sie vorher schon mal getroffen, wo sie in Wien waren. Habe ich sie mal persönlich getroffen, war recht unterhaltsam. Ich habe mir gedacht, hey, Logic & Lemon, das, ja, die machen so ihr Ding. Scheint auch gut zu funktionieren, aber ich probiere es dann auf eine andere Art und Weise. Und dann habe ich aber mich darüber informiert, habe mit Chris gesprochen und alles, was er gesagt hat, das hat wirklich Sinn ergeben. Und ich habe gesehen, hey, ich muss es mit Logic & Lemon probieren. Dann habe ich es bei ihm gestartet und da war es eben so, dass ich es jetzt nicht mehr probiert habe, möglichst viele Leute, sei es auch die Ads, auch auf meine YouTube-Videos zu bringen. Sondern ich habe jetzt probiert, die richtigen Leute auf meine Videos zu bringen. Die Leute, die dann einfach auch Interesse daran haben und dann, ja, sich auch bei mir eintragen, für eine kostenlose Lernanalyse. Und das Ding war sogar, dass ich auch die Videos an sich umgestaltet habe. Statt, dass ich da einfach jetzt blindlings von mich her etwas rede, was der Faktor nicht wirklich jemanden interessiert, habe ich von Logic & Lemon so Schablone bekommen, an die ich mich orientieren konnte. Oder wo ich dann wirklich genau wusste, was ich jetzt wann sagen muss, in welche Reihenfolge. Dass wirklich jedes Video, kannst du gerne anschauen, jedes Video dafür sorgt, dass die Leute mehr und mehr kaufen wollen. Und dass jetzt einfach wirklich konstant warme Leads reinkommen, Leads reinkommen, und die einfach kaufen wollen, wo ich keine Einwandbehandlung machen muss. Und die wirklich sagen, hey, Gabriel, ich kenne diese Videos, ich weiß, dass ich dein Coaching brauche. Hier, ja, nimm mein Geld und ich kaufe bei dir. Und ja, weil mir Logic & Lemon da so geholfen hat, habe ich dann sogar später noch ein höheres Programm bei ihnen gekauft. Kannst du auch wirklich herzlich an dich weiterempfehlen, um einfach dein Unternehmen zu skalieren, um da wirklich, ja, regelmäßige Umsätze zu generieren und dein, was ich, Coaching oder Consulting Business nach oben zu treiben. Sie haben mir sehr, sehr geholfen, deswegen bin ich jetzt auch schon länger bei ihnen und werde auch noch länger bei Logic & Lemon sein. Nochmal vielen Dank an euch für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal.